2 bis 3 an einem Stil und an den Bäumen sogar Chor und Weiss riefen jetzt wieder Krüsi. Noch früher als im letzten Jahr hat diese Tage in der Nordwestschweiz das grosse Pflücken angefangen. Allgemein darf man wieder mit einem guten Ertrag rechnen. Besonders erfreulich sind das mal die Aussichten bei den mittelfrühen Sorten. Die Kriseernte ist aufwendig und arbeitsintensiv. Nach dem Pflücken kommt nämlich noch das Sortieren und während der nächsten Wochen gibt es alle Hände voll zu tun. Gulp hilft mit 1300 Verkaufsstellen, die kalorienarmen Vitaminspender unter die Leute zu bringen. Und was heute geändert wird, könnt ihr schon morgen zu Hause geniessen. Bei diesen, Kirsi, darfst du ruhig ein bisschen mehr sein. Guten Abend miteinander. Die 9. und die 4. sind wichtige Pausen für Körper, Geist und Seele. Darum gibt es unter den 10 Regeln für eine gesunde Ernährung der Koop-Berotere eben auch diese hier. Mit einer Zwischenmahlzeit vermeiden sie den grossen Hunger, den sie veranlasst, bei den Hauptmahlzeiten viel zu viel zu essen. Hier ein Beispiel für eine ausgewogene Zwischenverpflegung. Vom neuen Dinkelbrot zwei Scheiben abschneiden. Mit Vital Gourmet Frischkäse mit Siebeln und Schnittlauch bestreichen. Tomatenscheiben drauflegen. Mit ein bisschen Essig beträufeln. Mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Basilikum würzen. Die Zutaten, das wissen Sie ja, sollten Sie alle ganz gut abmessen. In diesem Fall hier jetzt der Frischkäse, damit Sie die Kalorienzahl nicht überschreiten. Das Käse-Tomatenbrot hat übrigens pro Person etwa 205 Kalorien. Und das Rezept steht jetzt im Teletext seit 210. Einen guten. Goop offeriert Ihnen eine schöne Textar-Kinder-T-Shirt für nur 53. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goop Kambli-Bratzli im Duopack 1.50 Fr. günstiger für nur 4 Fr. Und morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Goop süße Schweizer Repairi die Schale nach 500 Gramm für nur 92. Und ausserdem offeriert Ihnen Goop dieses Wochenende Grillwürste zum Aktionspreis. Neben der Kalbsbrotwürste gibt es noch diese Riese-Servala. Es kann sich also jeder seine Extrawurst selber aussuchen. Denken Sie also daran. Dieses Wochenende bei Goop Grillwürste zum Aktionspreis. Zwei Grillkalbsbrotwürste für nur 2.80 Fr. Und zwei Riese-Servala für nur 2 Fr. Zwei Grillkalbsbrotwürste Zwei Grillkalbsbrotwürste Zwei Grillkalbsbrotwürste Untertitelung des ZDF, 2020